Hallo, Horlein. Hallo, das geht aber dann doch zu weit. Was geht hier zu weit? Ihr dummes Geblitze irritiert den Meister. Welchen Meister? Na, Wolfgang Amadeus Wirsing. Ich bin die Schwiegermutter Cosima Schulze. Ich meine, Sie als Fotografin sollten doch eigentlich wissen, dass so ein genialer Künstler bei seinem schöpferischen Schaffen Konzentration und Inspiration braucht. Ja, mein Sieb.